Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Packsrader und heute werde ich zwei Adrenalin XL Road to Brazil 2014 Booster Packs für euch öffnen. Die sind noch original verschlossen. Fange ich mal mit dem ersten an. Das ist ein Iniesta Pack. So. Dann haben wir hier hinten einen Angreifer und das ist Stefan El-Sharavi, Weisingstar. Und dann haben wir jetzt einen Mittelfeldspieler. Kjerdan Csakiri von meiner Lieblingsmannschaft FC Bayern München. Er ist Schweizer. Dann ein Verteidiger. Andrea Bazzagli. Italiener. Dann wieder ein Verteidiger. Da haben wir jetzt einen Fabio Contrao. Ein Portugieser und spielt momentan bei Real Madrid in der Linksverteidigung. Dann ein Mittelfeldspieler. Javi Machschirano. Argentinier und spielt eine Innenverteidigung beim FC Barcelona. Dann haben wir wieder einen Verteidiger. Und das ist Daniel Aga. Ja. Er ist... Er kommt von Dänemark und spielt momentan als Unverteidiger bei Liverpool. So. Dann haben wir hier das zweite Pack mit Nani. Und auch Csakiri drauf hier. Ja. Jetzt mach ich es mal andersrum. Dann haben wir hier Michael Krohn-Dehli von Dänemark. Keine Ahnung, wo der jetzt spielt. Dann haben wir Gonzalo Higuain. Er ist Argentinier und spielt im Sturm bei Real Madrid. Dann haben wir Gerard Piquet. Er spielt bei Barcelona. In der Innenverteidigung. Dann haben wir... Igor Denisov. Er ist Russe und spielt, glaube ich, bei... Zenit St. Petersburg. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann haben wir hier noch... Ein Ehren-Derdiog. Er hat letzte Saison, glaube ich, bei Lever... Ach, bei Leverkusen gespielt. Und jetzt spielt er, glaube ich, bei Hoffenheim. Ich bin mir auch nicht da sicher. Dann habe ich hier noch einen Marco Reus... Rising Star. Sehr cool. Ja. Eine Recap schon noch schnell mal. Hier die ganzen Base-Karten. Und dann habe ich noch zwei Rising Star drin gehabt. Geravi und Reus. Ja. Abonnieren und Like nicht vergessen. Und... Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Peckstrater. Ciao.